Der Rottkart ist ein einzigartiger Gewindestangenschneider. Der regelbare Winkelanschlag erlaubt es, Gewindestangen der Stärke M6, M8 und M10 zu schneiden. M7 wird in der Matrize 10 mm geschnitten. Grosse Zeitersparnis bei intensiver Nutzung. Grosse Zeitersparnis bei intensiver Nutzung. Wichtig! Sauberer Schnitt ohne Funken. Die Mutter kann ohne Nacharbeiten aufgeschraubt werden.